Bhagavad Gita, Vers 2.9 Sanjaya sagte, da er so gesprochen hatte, sagte Arjuna, der Bezwinger der Feinde zu Krishna, Govinda, ich werde nicht kämpfen, und schwieg. Erklärung Tritharashtra muss sehr erfreut gewesen sein, als er hörte, dass Arjuna nicht kämpfen wollte und stattdessen beabsichtigte, das Schlachtfeld zu verlassen, um ein Bettler zu werden. Aber Sanjaya enttäuschte ihn erneut, als er ihm mitteilte, dass Arjuna dazu befähigt war, seine Feinde zu töten, Paranthapa. Obwohl Arjuna aus Zuneigung für seine Familie zur Zeit von falschem Schmerz überwältigt war, gab er sich dennoch Krishna, dem höchsten geistigen Meister, als Schüler hin. Das weist darauf hin, dass er schon bald von falschen Klagen, das aus Zuneigung für seine Familie entstanden war, frei sein und mit vollkommenem Wissen über Selbstverwirklichung bzw. Krishna-Bewusstsein erleuchtet sein würde. Dann wäre er sicherlich bereit zu kämpfen. Auf diese Weise wäre Tritharashtras Freude zunichte gemacht, denn Arjuna würde von Krishna erleuchtet sein und bis zum letzten Blutstropfen kämpfen.